Halli, hallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Slither.io, heute nicht alleine, sondern mit der Legende Paluten. Hallo! Einmal kurz weg damit und ... Endlich darf ich auch mal dabei sein. Erzähl doch mal, was war denn bisher so deine größte Schlange? Oh, meine größte Schlange, das weiß ich gar nicht. Ich hab aber damals auch gerne mal Slither.io gespielt. Also, ich war immer Erster bestimmt. Ja, ich hab deine Videos auch vorgestern angezeigt bekommen. War ich gut? Da warst du sehr ... Na, da warst du stolz, dass du überhaupt in die Top Ten gekommen bist. Aber das variiert auch von Runde zu Runde. Manchmal sind da Leute, die haben 100.000 Punkte und manchmal Leute, die haben deutlich weniger. Ja, man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Das stimmt. Wie viele Punkte hast du denn gerade? Möchtest du nicht lieber über die jetzige Situation reden, dass du mich heute Morgen, und ich lag noch im Bett. Plötzlich schreibt mich ein Mängel an. Hey, Poledo! Was geht ab? Wollen wir nicht was aufnehmen? Und ich so, Mängel, ich muss erst mal wach werden. Dann hab ich mir ein Käffchen geholt und dann bin ich aufgestanden. Also, erst bin ich aufgestanden, dann hab ich mir ein Käffchen geholt und dann bin ich am Computer gegangen. Deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen müde. Ja, und eigentlich wollten wir auch Mario Party aufnehmen, aber da waren leider nur neun Leute. Warte mal, ich guck mal kurz aufs Handy. Wie spiel ist das jetzt? Wir haben aber noch lange gequatscht. Wir haben es jetzt gerade mal 8.20 Uhr. Also, ich glaub, 40 Minuten labern bin ich einfach irgendwie nur. Wo bist du gerade auf der Map? Guck mal bitte unten rechts. Ach so, unten rechts. Unten rechts bin ich. Unten rechts. Ja. Ja, warte, ich komm. Okay. Jetzt sehen wir uns. Wie heißt du? Oh! Paluten. Ja, da wär ich gerade fast gestorben. Oh nein. Oh, hier ist auch gerade einer draufgegangen. Ja, da sind richtig viele, die... Oh, der ist in mich reingeflogen. Bist du sehr weit unten rechts, oder? Äh, nee, ich würd sagen, ich geh unten rechts mittig. Also, dass ich sozusagen... Ah ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich bin da. Welche Farbe hast du? Blau-Schwarz gestreift. Ah ja, hier ist Peppa Pig. Ich bin auch sehr groß. Alter, warum bist du so riesig? Wo bist du? Alter, was? Bist du an meinem Schwanz? Nee, ich bin grün. Ach da, da bist du. Du warst an meinem Schwanz. Hallo. Hallo. Das bin ich hier. Na? Du wirst doch gleich schnell. Nee, ich will die nur mal angucken. Zeig doch mal. Wollen wir mal... Wie du so aussiehst! Hä? Du kleine Ratte, du. Oh Gott! Nee, 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 nee. Ja, du... okay, verdammt. Ja, das ist halt der Nachteil. Du willst mich, du willst mich... Oh Gott! Nein! Oh Gott! Das war so knapp. Dieser kleine, eklige. Nein, du auch! Oh Gott! Okay, Frieden, 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 Frieden. Wie haben wir das denn überlebt? Alter, Junge. Ja, warum bist du denn so klein? Ja... Weiß nicht. Ich hab nicht... Ich hab meine Fußzwerge nicht... Ich... Auf mich umzubringen. Warte, ich... Nein, 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 komm mal mit. Wir sind jetzt im Team. Du wolltest mich eben schon umreisen. Ja, wollte ich gerade. Das war ein Witz. Komm mal mit. Ja. Komm mal mit. Ich kann nicht so schnell. Doch, kannst du. Kannst auch rennen. Linke Maustaste gedrückt. Dann verliere ich ja. Ja, ja, genau. Man kann auch die Maustaste... Ja, komm. Was drückst du denn? Leertaste. Das geht... Oh Gott, Hilfe. Warte. Ja, den hätte ich gerne. Der ist so groß. Ey, den können wir zusammen essen. Dann töte ich dich ganz am Ende. Wie bitte? Nix. Ich war zu weit weg, du. Darfst du mich gar nicht hören? Ich hätte ihn fast gehabt. Oh nein. Oh nee. Hier ist ein dicker. Hilf mir. Oh oh. Du darfst du nicht sterben. Ja, ich hab hier Probleme... Der Dicke ist gestorben. Oh. Oh nein. Ich will da hin. Oh, ich bin auch tot. Oh nein. Oh, ich hab den umgebracht. Sehr schön. Komm einfach wieder hier hin. Weil ich... Ja, ja. Ich komm. Mann, ich war zu gierig. Ich wollte mir da auch... Ich bin auch tot. Ey, die werden sich so 5800 Punkte. Alter. Das hasse ich so sehr an dem Spiel. Seit wann macht Slipper IO so viel Spaß? Das war voll cool. Ich glaub mir, wenn du fünfer gestorben bist, dann hast du keinen Spaß mehr. Nee, alleine... Alleine... Kann's, glaub ich, frustrierend sein. Aber so fand ich's lustig, als du mich essen wolltest. Also... Wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Komm mal in die Mitte. Ja, warte. Ich hab grad jemanden umgebracht. Und ich esse jetzt seinen Körper. Mach das. Seine Lichtenergie. Oh, hier ist wieder dieser... Quebbelkorb. Oh, hier ist ein ganz, ganz großer bei mir. Oh, ich hab auch einen. Alter, wie groß ist der? Den hab ich richtig fertig gemacht. Oh nein, da ist so viel Cash. Ich stell mir mal vor, das wär Cash. Ich bin tot. Warum hab ich gedacht, dass die Kurve möglich ist? Ja, super. Weiß ich nicht. Bin ich noch bald hier? Weil du nicht so krass bist... Äh... Was? Ja, bin ich. Bin ich. Ich fahr wieder nach unten rechts. Ja, ja, okay. Aber ich seh hier kaum Leute. Oh. Oh, ich hab wen umgebracht. Bin wieder größer. 300. Äh, komm mal in die Mitte. Wo ist ich denn? Oh, ich bin 890. Hör mal. Wie bitte? Äh. Oh. Der war nur für dich. Oh, der war richtig lecker. Ich weiß, schlüfte gerne weg, ne? Ja. Den schlüfte gerne weg. Ich stell mir gerade vor, auch wie er gerochen hat. Äh, minzig. Hast du schon Zähne geputzt? Ja. Die ist gleich ins Bett, ne? Warum Listerine? Nee, mach ich nicht. Natürlich. Was, 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 was? Bleibst du wach? Können wir das bitte ignorieren? Was hab ich gerade getan? Ja, Leute, eben, ich hab die Nacht durchgemacht. Ich bin ein bisschen müde, deswegen auch gerade der Move. Was war das denn? Ich bin gerade einfach gezielt in den Tod rein. Gut, wie viele Stunden bist du schon wach? Das ist mir unangenehm. Nicht lang. Ähm. 2 Stunden. 16 Stunden oder so. Da kann man schon mal müde sein. Ja. Könnte man. Ähm, also ich, ich sehe hier einfach ... Oh. Also ich bin wieder unten rechts. Hier ist ein ganz riesiger gestorben. Oh ja. Oh nein. Wo denn? Ich bin so groß, sag ich dir nicht meins. Oh nein. Das ist ein Feind. Ich dachte, das wär ich. Ich war 1200 wieder groß. Ja. Komm, komm einfach in die Mitte. Komm in die Mitte. Wie will die du sehen? Ich hab komischerweise lag bei mir ganz leicht. Jaja, du, deine Stimme lag auch. Was? Ja. Okay. Hey. Das Internetproblem. Oh nee, ich bin gestorbt. Oh Mann. Ich hab doch sonst nie Internetprobleme. Ihr habt doch sonst nie Interneträume. Toll, jetzt bin ich tot. Oh, jetzt hab ich wieder geleckt. Oh nee. Oh nee. Jetzt stirbt doch. Ich komm in die Mitte. Ich komm in die Mitte, Major. Ja, ich, ich geh auch dahin. Ich werd einfach zum Mittelpunkt der Erde. Ja, ja, ja. Oh, ist das ein Bot? Hier ist ein Bot. Oh ja, lecker. Manchmal sind da Bots, die kann man einfach essen. Die werden sie nicht. Weil? Ich bin in der Mitte. Ja, ich komm auch. Ich bin halt nicht so schnell. Ich bin 24 lang. Oh Gott. Oh, Alter, hier ist schon richtig da. Wenn ich, ich schaffe den zu essen. Wirst du eh nicht schaffen. Auf, gib auf, hör auf nicht. Ja, also ich bin jetzt so ziemlich in der Mitte. Oh, da ist ein lecker gestorben. Lecker. Bist du jetzt so weiß auch? Äh, nee, ich bin immer noch blau-schwarz gestreut. Wie immer. Ach so. Hier ist ein ganz dicker. Oh nein. Immer noch genau in der Mitte. Ja, ja, hier sind allerdings so ganz viele große Würmer. Ja, ja, ganz viele. Ich bin, ja, ich bin oberhalb dieser Würmer. Ich bring mich gerade selber um. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Oh Gott, ich lebe. 1300 groß. Wo bist du denn hier? Ich gehe durch die Hölle. Ja, hier. Da ist ein riesiger gestorben. Ich bin an sich zu gut. Nein, ich bin im Himmel. Ich bin in der Mitte. Also in der Mitte Mitte. Ja, ja, ich komm. Ich war auch in der Mitte. Aber da waren überall Leute. Und ich glaube, wir haben uns einfach ein bisschen verpasst. Oh ja, hier ist so ein richtig... Alter, hier ist so ein richtig riesiger. Ja, ja. Wenn der jetzt stirbt, dann kann ich den so gut essen. Ja, die... Die großen sterben aber nie. Doch, doch, der... Oh ja, hier ist noch was. Ich bin jetzt wieder in der Mitte. Ja. Nein! Ja, warte. Ja. Ach komm, was ist das denn für ein Timing? Ja, warte. Aber ich bin... Ich bin innerhalb... Oh, hier ist irgendwie mein Großes gestorben. Oh ja. Oh ja. Palermo gönnt... Oh nee, der gönnt sich. Scheiße. Hast du ein bisschen was abbekommen? Äh... Ich bin jetzt 400. Aber ich komm... Ich fahr jetzt einfach nur... Ich bin in der Mitte. Ja, ich fahr da links. Das ist nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit lag. Ja, das glaube ich. Irgendwann sehen wir uns schon. Nee, fahr mal nach links. Ich bin direkt auf der... Auf dieser... Oh, lecker. ...Mittelkoordinate. Ja. Und fahr jetzt einfach zur Mitte. Okay, dann geh ich ja... Ja, okay, okay. Oh nein, sorry. Hier sind Punkte aufgetaucht. Die brauch ich. Huh! Sorry. Da werd ich immer zu Michael Jackson, wenn ich Punkte sehe. Ja, kann ich verstehen. Ah ja. Ui. Hier ist bloß grad so ein richtig fetter, der mir den Weg abgeschnitten hat. 800. Ich komm, Senpai. Oh, fast... Ui, nee. Kann ich hier durch? Oh, ich bin... Nee, bin ich nicht. Nee, ich lebe. Alles gut. Hier ist ein großer gestorben. Alles perfekt. Bitte! Nein! Nein! Ich kann hier nicht weg! Hier ist überall... Cash! Jetzt hab ich wen getötet! Noch mehr Cash! Ui! Oh, so müsste ich die Bitcoin heute gefühlt haben. Ja. Oh ja, immer mehr! Bist du immer noch komplett in der Mitte? Nee, ich bin... Ich hab Probleme. Ich bin jetzt auf dem mittleren Strahl im Moment. Da ist schon wieder weg. Ich hab keine Zeit für dich. Ja, aber ich bin grad... In der... Ja, ja. Okay, ich bin auf dem mittleren Strahl jetzt. Ja, ja. Aber ich bin... Ich hab meine Gier unterdrückt. In der Mitte Mitte. Oh. Dann komm ich in die Mitte. Bin links von dir. Fast da, fast da, fast da. Ich kann... Ja, genau. Ich bin mal PewDiePie. Ja, ja, den hab ich ja auch gesehen. Unter ihm. Boah, äh, ich... Alter. Der wollte mich umbringen. Ja, ja, ich war... Ich bin über ihm, warte. Ich hab nen Riesen gekillt! Oh! Okay, dann fahr ich mal hin. Ich bin tot. Ja. Warte, na was? Ja, warte... Maniel, er select! Ich kann doch nicht spielen. Ich bin unten, ich bin unten. Ich bin unten bist du. Dann komm ich auf den unteren Strahl, ja? Ja, ja, ich bin... Ich bin perfekt auf dem unteren Strahl. Hier, schon wieder. Ich hab keine Zeit für dich. Die kommen immer... Immer, wenn ich grad gehen will, stirbt irgendein Wal. Und dann muss ich seine... seine komischen... Überbleibsel essen. 5400 groß. Ich bin auf dem mittleren Ding. Da bist du! Unter dir! Oh! Na? Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Na, geht's dir sehr gut, ja? Sehr, sehr gut. Oh Gott, Hilfe! Aha? Nein! Oh Gott! Hilfe, wieso? Oh, du bist schon... Ah, bist du nicht. Kill ihn! Kill den Fetten! Oh, der Sucher! Ich hab einen Fetten gekillt! Hol dir Cash hier! Essen, mein ich! Okay. Ich bin tot! Hol meinen... Nee, iss mich! Ich will 6600! Ja, ich ess dich! Oh nein! Ja, ich weiß! Es ist alles von mir! Töte ihn! Angriff! Ich versuch ihn... Ich bin tot! Ah! Aber ich hab dich ein bisschen gegessen! War lecker, ne? Lecker! Jetzt bin ich oben in der Mitte! Können wir jetzt... Also, irgendwie ist das eine einzige Sabotage mit dir! Wieso? Komm mal rum in die Mitte! Ja, warte! Wo bist du? Tot! Ah! Ja, ich bin... Ich bin... Ich komm auf den mittleren oberen Streifen! Ja, ich bin... Schon eigentlich fast wieder in der Mitte! Oh, hier ist ein Vetter gestorben! Ich werd groß! Ich bin tot! Haha! Haha! Junge, wie kann man so schlecht sein?! Weiß ich nicht! Oh Gott, ey! Und dann auch noch dich am Leggen! Was ist das?! Haha! Ich bin... Ich bin auf mittleren Strahl! Ja, ich... Ich fahr jetzt runter! Ich bin in... 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 Wir müssen uns da nicht sehen! Weiß ich nicht! Oh Gott, hier sind... Oh Gott! Oh Scheiße! Ich werd hier... Äh ja, ich bin jetzt eigentlich an sich komplett in der Mitte! Ja! Äh, hier sind einfach tausend Leute! Ich bin jetzt auch komplett in der Mitte! Und seh dich nicht! Ich seh dich da! Ah doch da! Hi! Oh Gott! Ich hätt mich fast umgebracht! Wenn ihr mich nicht umbringen! Ja, mach nicht! Komm mit! Komm! Feine Junge! Da ist ein Vetter gestorben! Ich bring noch mehr um! Ich bin... Ich hab noch wen getötet! Zwei Leute! Drei Leute! Noch ein! Sammel alles ein! Ich bin Massenmörder! Ist das schön! Ist mir egal! Ich bin tot! Hahaha! Hahaha! Wie ich auch alle umgebracht habe und nichts davon hatte! Ist ja unglaublich! Du bist auch einfach voll an die Horde gegangen! Ja! Du hattest ja aber nichts zu verlieren! Das stimmt! No risk, no fun! Das ist mein Motto!